So. Das Licht am Ende des Tunnels. Wir haben die Beste gekillt. Wir haben den Kopf wieder. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Oh, das sieht ja sehr vielversprechend aus. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Mother. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hellas gaze searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow. Whatever the cost. Ja, das ist doch ein Plan. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich da hinkomme. Komm. Ah, ja. Ah, das wäre nicht stark genug. Lange mir mal an die eigene Nase, du Tröte. Es gibt kein Zurück. Wir kämpfen und gut ist. Punkt. Punkt. серьез, du hast schön. Senwa ist stark genug. Sein ist keine Krönника. Sie ist stark genug. Hellas hat ihn erstattet. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Es ist die Frage. Es ist die Frage. Es ist die Frage. Es ist zu gefährlich. Sie hat den Welt. Sie hat denodi. Sie hat nicht mehrfach. Sie hat es die Frage gemacht. Sie hat die Frage. Ich glaube, wir müssen erst da hoch. Ich glaube, wir müssen erst hoch und dann mit dem anderen Winkel können wir höchstwahrscheinlich die Treppe fixen. Hoffe ich. Ach, schön. Ein Sprechstein. Ach, ich bin mir. Ach so, ich bin ein bisschen. Knopf drücken, ja? Die Nordmann sagen, dass der Welt zum Schluss kommen wird. Sie nennen das Ragnarok. Der Geist der Geist. Erstens, es wird ein Schmerz ein Schmerz, drei Jahre lang. Dann wird der Mensch sich um sich. Die Brüder werden sich mit den Schmerzen, und die Leute werden vergessen, was sie von ihren Kindern verdienen. Die Türen werden schwer sein. Die Kriege werden groß sein. Es wird ein Jahr von Achsen und Schmerzen. Der Wind wird durch die abhandene Halle zerbauen. Die Wolken gehen, wo die Kinder spielten. Der Welt wird in der Erde fallen. Das klingt nicht nach einer rosigen Zukunft. Aber, es gilt das zu verhindern. So. Ich bin gespannt, ob ich hier oben jetzt den Winkel habe, ob ich überhaupt richtig bin, ob ich überhaupt auf die Brücke schauen kann. Und, ähm... Äh, ja, ob ich die dann fixen kann. Ja. Ich war gerade ein bisschen von der Location verwirrt. Ich weiß, Schande. So. Ah, ja. Ah, sieht doch mal nicht schlecht aus, oder? Sie steht... Sie steht... Natürlich steht ich's. Stoppsturen. Aber... Da fehlen noch ein paar Winkel. Ich geh mal davon aus, wir können da nicht runterklettern. Und, äh... Hier wahrscheinlich genauso wenig. Ne. Okay. Dann wohl... Zurückmarschmarsch. Dann ist nur die Frage... Was ist denn los mit dir? Hast du gelacht, ne? Moin. Ja, alle so gemein zu mir. Alle wollen sie mich umbringen. Tür. Du Bösewicht. Oh. Ja. So. You can do it if you really want it. Das Schwert ist schon cool, wenn das so blau läuft. Ja. Hast du gelacht, ne? Hast du gelacht? Ich mein, die sind schon fancy. Aber... Da musst du schon früher aufstehen, Kollege. Immerhin hatte ich das fette OP-Schwert da. Ja. So. Easy. Easy. Also wir sind wieder zurück. Mache ich, mache ich. Kann man da runter springen? Nein, gut. Nein, gut. Also laufen wir die Treppe runter. Und laufen in einem Kreis. Und wir sind bestimmt gleich da. Nein. Da. Da sind wir. Ich hoffe, wer kommt von hier unten noch irgendwo hin. Weil ich habe eigentlich, äh... so spontan nur noch den Weg hier gesehen. Nicht runterrucken? Nein, nicht runterrucken. Ah, da sieht schon sehr wies aus, ne? Ja. Der sieht schon sehr böse aus. Wenn ihr jetzt mal ruhig sein könntet, verehrteste. Hm. Hm. Also ich bräuchte anscheinend noch zwei bis drei Winkel. Ja. Es ist zu gefährlich. Du musst sie kämpfen. Die letzte Krieg. Es ist die letzte Aufgabe. Ja, es ist. Das ist nicht nur ein geschlosses Bruch, ist es? Du bist. Die Mütze. Du hast mich gesehen, wie sie weiter省naert. Siehst du die spitzen Wunder in unserem Leben. Und das herauszufinden. Siehst du neue Schritte in die Unless. Siehst du den Weg. Siehst du, dass die anderen folgen. Siehst du, dass sie nicht mehr gebrauchen können. Siehst du unsere Gesang und unsere Behandlung. Ich werde keine Angst gehen, werden wir wieder auf uns geben. Tja, das ist doch mal ne gute Einstellung. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Was denn hier dann überhaupt Sache ist. Tja, das bin ich wohl. Jetzt ist die Frage. Ja, ich sehe zwar hier Dinge aber ich weiß nicht was das Effekt ist. Ja, da sind zwei Paar Schuhe. Nööööööööö. Na, wir gehen mal auf die Brücke vielleicht bringt uns das ein Stück weiter. Ich wette. Hier gibt's ne Art Aufbildung oder was, keineществ. Ah ja. Schon haben wir es. Ich wette, da müssen wir jetzt rein und dann können wir den letzten Part aufmachen. Was ist eigentlich, wenn wir hier rausgehen? Und was ist eigentlich hier ums Eck? Ah ja, ein Sprechstein. Ein Sprechstein. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Nimeon, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Is this then the Todesschiff or the Knochenchiff? Ach, war das das Tor, wo da rausgekrabbelt ist? Fragezeichen. Hm. Ich hab so ein bisschen Orientierungschwierigkeiten, ich weiß nicht, ob man's merkt. Aber gibt, denke ich, Schlimmeres. Da. Hallo, kleines Secret. Oh, das ist ein Stein. Ein Stein. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has stealed to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun and all kinds of dark creatures. Cert will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell and the heavens will split open. Ja, das geht ja schon mal an, leidens deswegen nicht, weil es so tot ist. So, by the way. Ich weiß, die Prophezeiung ist nicht die jüngste, aber es ist nun mal so. Sord ist tot. Lebe damit. So, wie ich wohl damit leben muss, dass ich hier nicht weiterkomme. Sheet. Oh, ich muss irgendwie dahinter, denke ich. Hm. Vielleicht nochmal hier hoch. Aber es wird, denke ich, ja so nichts bringen. Vom Winkel her ist es ja... Nuss. Ja, wahrscheinlich dann doch da. Aber ich komme da ja nicht durch die Tür. Nein, nein, nein. Oder ich übersehe was. Kann auch sein. Ich glaube, ich habe was übersehen. Null. Wer sucht auch Löcher an der Wand? Bitte. Bitte. Wieder ein Treppchen. Oh, erstmal her. Map-Klitch. Nice. Halt. Ich glaube, ich hätte schon fast wieder was übersehen. Achso. Hier geht es einfach nur raus. Und dann machen wir uns trotzdem schon mal auf. Oder ist das ein anderes? Das Ding leuchtet gar nicht. Ah ja, doch. Gut. Also, Tür ist offen. Und dann mal auf zum Treppchen. Das ist das Siegertreppchen. Hä? Hä? Also, ich muss ja sagen, bisher, bis auf ein paar Psycho-Szenen und ein paar Psycho-Bosse und so und allgemein so Psycho-Stimmungen und so, ist das Spiel echt. Habe ich nicht gerade davon geredet? Und schon hat die Map-Lebra. Nein. Ähm, ist das eigentlich schon sehr nice. Gucken wir erstmal, ob oben noch was ist. Hi, buddy. Sup, dude. Oh, tatsächlich. Hier ist noch ein Geschichtenstein. Und, wow, wir haben voll viel übersehen. Drei, sechs, neun Stück. Schon ärgerlich. Drei. 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 Ragnarok Denn es ist nahe Ach, Kollege Du gibst ja doch nicht auf Null Nein Wuh Es ist ein bisschen unfair, mein Jenny Wuh Get up Get up Na, das lief doch eigentlich ganz gut, oder? Ach, das kommt jetzt noch einer Zwei, drei, vier, fünf Was machst denn du? Mach der Koran, die Koran, die Kuli, 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 Kuli Stirb doch jetzt mal Wuppa 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 Wenn du dich noch mit deinem Fokus wechseln würdest, wär das echt neiser Scheiß So So, jetzt du, Kollege Du Wuh Da Dreckig Sack Ah Ja Wir können aber auch paar vier Heier machen, ne? Schön So Machen wir Heile Und Damit ist die Bocke wohl wieder vollständig Ist ja gar nicht gruselig Wenn so ein leerer Käfig sie einfach treten Und das nicht mal mit wenig Schwung Naja, was ist hier noch normal? Hm So Die Tür haben wir schon aufgemacht Dann walken wir mal ganz stylisch zur Brücke Und werden diese so gut wie möglich überqueren Wir haben so gewisse Abneigung gegen Brücke entwickelt Aber Eigentlich Dürfte ja jetzt nichts mehr passieren Ah ja, klar Oh Junge, wie viele sind das denn? Es war doch safe jetzt im Park Was ich zweimal gesagt habe Nein Oh Die mit dem Schild sind halt echt nervig, ne? Oh 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 Get up! Get up! Er Kehrt Wie wollte ich mich gar nicht in den Weg stellen? Trust me Das ist ja auch gleich immer so übertreibend. Das ist ja auch gleich immer so übertreibend. Waaah! Duh! No! No! Get up! Get up! Sehr gut! Oh nein! Du möchtest bitte sterben! Bitte Dankeschön! Bitte Dankeschön! Bitte Dankeschön! Bitte Dankeschön! Oh! Oh oh! Ah ja! Sehr gut! Ja feiiiin! Ohhhh! Komm schon! Steh auf! Steh auf! Fuck! Komm schon! Steh nochmal auf! Steh auf! Steh auf! Ah ja! 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 Ich ende es ja! Ich versuch's zumindest! Da kommen ja immer mehr! Gut, dass ich immer denken konnte! Das ist gar nicht schlecht! Alles! Oha! Alter, wie viel kommen denn da? Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile Rekord hier. Oh. Oh. Das wären nicht weniger. Das wären echt nicht weniger. Im Gegenteil. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Oh. 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 Alter Verwalter. Oh. 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 Stylish. Oh. 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 Ne. Oh. Wolle your soul and let go of the Senua of old, for there lies your weakness, and the darkness will find it.